Darfst du mitkommen Ich will meinen Freund mitnehmen, darf der mitkommen, hallo Das ist immer schön, wenn man direkt in die Leute reinläuft Nein, sie ist ein Red-Head, also geht's ihr nicht gut Vincent, was machst du hier? Sie ist auch meine Frau Verstehst du das Vibe? Oh! Oh! Es ist schön, dich zu treffen, Mann Was ist so wütend? Ja Baby Garton Ich werde euch alleine bleiben Ich werde nach außen warten Ja Und, äh Herzlichen Dank Kann ich sie holen? Okay Ach du kennst mich doch, Mensch, ich bin doch dein Papi Tschüss Nice, du Leo Wassersprudler sind dafür da, um zu trinken Medikamente Nice Ähm Tschüss Sie ist so wütend Sie ist so wütend Sie ist Sie ist Ich liebe dich Ich liebe dich Ich liebe dich So much Ich muss ihn einfach nur starten Du musst mir trusten Carol Was willst du mich sagen? Hey, fuck's the hurt. weißt du was ich vermute dass gleich wieder der typ kommt also irgendeiner kommt ja auch und schießt er guckt so aus dem fenster polizei oder so dass das was ich auch erwartet hätte das heißt wir dürfen wahrscheinlich wieder wegrennen ich habe mir den ganzen raum noch nicht angeguckt ok es wird spannend als ob der das nicht gehört hätte wie der geschrien hat du musst diesen defo belatten dem und dem dies einfach reinhauen in das baby meinst du auch so läuft denn nach oben ich weiß es nicht und wo bin ich? der polizei kommt scheiße was ist wieder mit mir? ich will auch ich weiß es nicht scheiß auf dich jetzt geht es um zu... das ist auch cool gemacht ah ja das stimmt allerdings ich kann eh nicht viel machen außer laufen gib dem einen schlack jawohl ui 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 und weg mit dir hat der den da jetzt runtergeworfen? ich glaube shit Ohh ich muss rennen Das finde ich allerdings richtig gut gemacht die Szene Kurz ق далее spring Oh mein Gott, jetzt fusionieren wir, ne, ok, warum war meine Szene jetzt so kurz, äh, wo lang, äh, versteht schon vielleicht, sehr gut. Mhm, ich glaube bei mir wird auch so ein Schleich-Part kommen. Ja, vor allem weil du ja gerade so geschlichen hast, ist das schon. Oh mein Gott. Schlech, schlech, schlech! Clem, Clem. Warum geht der nicht einfach den Gang links lang weiter? Ähm. Oh, der Schlup-E-Saal. Uh, schnell. Auf damit. Schnell. Ah. Ok. Schnell. Jetzt geht's wieder zu dir, oder was? Na ja, hast halt schon kurzes Sehen. Irgendwie schon, ne? Oh, jetzt so ein... Links, links nach rechts die Sicht. Alter. Super Mario. Top down. Oh mein Gott. Und du bist auch ein Italiener-Juder, also passt das. Oh lol. Das ist wie Tekken. Das ist halt echt Tekken. Boom. 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 Boom Shark. Oh mein Gott. Oh fuck, der hat dir einen Flying Punch gegeben. Äh. 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 Einfach zwei Schläge mit dem Kerzenleuchter. Bam. Äh. Scheiße. Das ist halt... Oh mein Gott. Ein bisschen jetzt zu krass gemacht, finde ich. Also zu unrealistisch. Oh. Der hat der Frau einfach einen Schlag gegeben. Oh. Gut. Nimm! Okay. Nicht. Das ist halt schon wieder dieses, ich bin der Hauptcharakter, kein Feind kann mir was anhaben. Naja, das ist echt wahr. Vor allem habe ich auch zehn Jahre Taekwondo-Erfahrung und Muay Thai. I need to find a way out of here. Das ist halt vielleicht nicht so gut. Okay. Oder vielleicht doch. I don't know. I don't think he's that stupid. Doch weg jetzt. Als wenn die nicht merken, dass das eine Fenster auch auf ist. Die sind ja noch im anderen Raum. Äh. Ne doch nicht. Das ist ein Raum. Gut. Da ist eine Leiter? Welchen Sinn hat diese Leiter? Also für die Lüftung oder was? Oh. Jetzt mal die Scheibe kaputt treten. Ja, schon wieder so kurz. Weißt du, du kannst so cool von links nach rechts ein paar Male wegklatschen. Ah. Die ist nicht meins. Sicher bestimmt. Oh. Ach, schade. Ich dachte, du kannst dir einen Headshot geben. Jetzt. Jetzt. Du kannst ihn nicht schlagen. Äh. Jetzt. 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 Äh. Ich muss halt auch nicht nachladen, ne? Nee. Ja, okay, so eine Pistole kann schon mal so 20 Schuss im Magazin haben. Gut, da waren wir jetzt meines Szenen, ein bisschen kürzer. Oh, der Übergang. Achso, hier unten haben die keine Polizisten stationiert. Ich würde schon sagen. Ah, und so bei euch, alles gut. John Wick ist auch wieder da. Stimmt, im Hintergrund. Oder, ich bin mir nicht sicher. Alter, guck doch nicht. So, das hat doch gut geklappt. Soll ich mit der Frau reden? Ja, wäre bestimmt gut. Irgendwie will ich schon in Versuchung. Okay, lassen wir es lieber. Am Ende ruft die direkt die Bullen. Er ist hier, er ist hier. Okay. Ah, scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Natürlich. Und der kann danach direkt weiter normal gehen, wette ich mit dir. Aber er schießt denn die drei jetzt nicht einfach. Schieß. Okay. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Er ist Superman, sag ich doch. Oh nein, ich muss dir helfen. Ja, ich muss dir helfen. Hä? Was? Das Auto. So viel zu, ich muss dir helfen. Ja, ich muss meine Waffe holen. Ach so. Alter, wie läufst du denn? 20.000 Kammer? Da ist er. Das ist jetzt auch nicht mehr. Oh mein Gott, was passiert da? Okay, ich muss dir anscheinend überfahren. Oh mein Gott, du musst schon wieder fahren. Warum muss ich mal Autofahren? Das ist doch unfassbar. Oh mein Gott. Ich versuche schon immer, dass du mal Autofahren kannst, aber das Spiel will das anscheinend nicht. Diese Matrix-Zeit-Lupen-Sache, ne? Ist ja schon ein guter Effekt, aber... Ja, und wie soll ich dir jetzt helfen? Oh. Oh mein Gott. Okay. 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 Ja. Natürlich. Es tut mir leid, egal wie gut das Spiel ist oder ein Film ist, mich stört sowas einfach. Ey, das ist halt schon so echt. Autofahren hat auch keinen Schaden bekommen. Ist halt echt, ja. So, ich will es, echt. Mir stirbt das, egal in welchem Film, egal in welchem Spiel. Wenn sowas passiert. Wir sind die Hauptcharaktere. Wir sind unverwundbar. Das macht das Spiel jetzt nicht unbedingt schlechter so, aber es tut mir im Herzen weh, sowas zu sehen. Mir persönlich. Das ist halt echt so. Long time no C, Vincent. How you doing? Good. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So? You're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good pilot. Well, I don't know about that, but thanks. Okay. Emily. Does this thing fly? Does it look like a fucking bike? Of course it flies. Halder, Sarkasmus am Start. Mexico. Mexico? You gotta be kidding me. That's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily. You know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? Mexico, you know what happens? Yeah, yeah. Where are you going? Where do you think? Mexico. Mexico heißt es. Du puta. Wäre geil, wenn ihr die jetzt nach Mexico City fliegen würdet. Das nehme ich in Dings Amerika. Oh, die haben den ja gar nicht umgebracht. John Wick. Oh, das ist ja gar nicht. Oder mein Name ist Earl. Man kann sich's aussuchen. Bitte, bitte, bitte. Lass ihn gehen. Oh, danke. Danke. Oh, Gott. Du machst das richtig, Harvey. Du bist gut, Harvey. Du bist gut, man. Ich danke dir so viel. Ich danke dir, was du bist. Was denkst du? Wir brauchen mehr Männer. Er kommt. Got it. Oh, ja. One. Dime, Chef. Wir brauchen mehr Männer. Ja, dale. Quantos? Todos. Todos? Aber was ist passiert? Du hast nicht gefragt, mach es nur noch mal. Oh, oh, warte. Was? Nein. Nein, nein. Nein, nein. Stufe 2, wirst du Pup G? Red nicht vom Pup G, bitte. Hey. Here you go. Hey, Vincent. Who is this Emily, really? Don't even ask. You ready? Yeah, I just need to fill her up. Help me out. Sure. The gas tank's right over there. Yeah. What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah. But it's gonna be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. Well, no thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hell no, Vincent. You crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. Just pull a cord. Right, Emily? Well, technically, you're right. Come on. What do you say? Dürfen wir entscheiden, wahrscheinlich. Vermutlich. Ja. Also, ich würde das so sehen. Durch den Dschungel würden wir wahrscheinlich mehr Zeit zwar brauchen, aber wenn wir nicht mit dem Fallschirm springen, würde uns vielleicht etwas Cooleres entgehen. Was? Halt so was Einzigartiges im Prinzip. Weil im Endeffekt müssen wir, so wie ich es verstanden habe, trotzdem ja noch ein Stück durch den Dschungel. Also Fallschirm. Also würde ich sagen, ja. Ja, die brauchen wir, glaube ich, auch. Okay. Logbuch finden. Da vorne ist es doch schon. So. Du Wichser. Ein Hobel. Ja. Oh, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet seit dem Gefängnis. Einfach irgendein Brett zu hobeln. Ah, Vietnamkrieg. Dann haben wir zumindest eine Zeit. Ich kann wieder bohren. Dann war Vietnamkrieg 1978, ne? Boah. Frag mich doch nicht. Sehe ich so aus, als ob ich irgendwas über Geschichte weiß. Ja. Ein Sandwich. Ich nehme schon mal das Logbuch. Im Kühlschrank ist ein Sandwich. Du musst das essen. Oh, wir können wieder spielen. Nein. Na, Karte spielt. Grenade, brother. So, aber nicht zusammen, oder? Doch. 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 Der Ding beschrieben. Komm, Leo, spielen wir. Aber im Küchenkrieg ist noch ein Sandwich. Okay, schnell, das musst du essen. Oh. Was für ein Sandwich ist es denn? Da war Schinken und Käse drauf. Auf jeden Fall, könnte es doch ein Sandwich sein. Oh. Oh. Flughafen. Aha. Nice Chopper. Alter, Darts kann man auch machen. Okay. Nette. Hubschrauber, ne? Wow, schön. Ist hier draußen noch was? Wir müssen uns natürlich immer umgucken, ne? Ja, ja. Während du Darts spielst. Ey, was für ein Scheiß. Egal, 123 ist nicht schlecht. Hm. Hier scheint aber jetzt... Nix zu sein. Da ging es raus, ne? Ja. Hier sind wieder zwei Toiletten. Aber die können wir anscheinend nicht benutzen. Nee, hier draußen ist nix. Kannst dir nur den Helikopter an der Tür angucken. Vielleicht ist irgendwas, was du übersehen hast. Ich sehe alles. Achso. So. Get to the chopper! Hier ist das. Ich kann nicht lösen dieses Plan, wenn du nicht die Fuel-Line unplockt hast. Mhm. Erstmal... Hände waschen, natürlich. Warum sind da zwei Hähne an einem Waschbecken? Heiß, das ist ein kaltes Wasser. Achso, ne. Oh, deiner steigt sogar ein. Let's see. Was does this button do? Ich fliege einfach los. Ähm. Ähm. Wow, okay, okay. Alright, alright. Take it easy. Ähm. 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 Gut. Alles klar. Gut. Hauptsache kurz mal den Helikopter gestartet. Ich wäre damit jetzt nach Mexiko geflogen. Oh, Mayday. Erfolg. Dann trinken wir noch mal ein Wasser. Wieso trinkst du die immer aus dem Becher und meiner so? Ich weiß es nicht. Frau, halt die Schnauze. Siehst du aus dem Sandwich? Oh, ja. Und das spieler ich nicht. Nee. Pumpen. So, damit die mal die Schnauze hält, mache ich das wenigstens schon mal ab. Ich weiß nicht, ob da eine Zwischensequenz kommt. Nee, wir haben hier noch. Achso. Andere Sachen. Okay, komm, wir spielen. Du musst dir erst einen Siebener machen. Einen Siebener? Grenade, brother. Das ist nicht gut, dass wir so viele Spiele eingefügt haben. Brother, hast du... Nein, das ist wie, 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 ähm... Hier. Also, ich bin... Wir sind nicht gut, der drinnen war. Hier, Blobby Soccer. Kenn ich nicht. Hä? Aber du verstehst das Spielprinzip. Das Blobby Soccer ist das Lampartyspiel schlechthin. Okay. Gut, dass ich davon noch nie gehört habe. Okay. Hu! Hu! Alter, das ist aber schwer. Jawoll. Ich mache dich halt fertig. Kommst du jetzt noch mal rüber damit? Okay. Äh, gut. Nein. Ja. Alter, warum bin ich so gut? Du Noob. Nein! Das war gejinxt. Hu! Oh mein Gott. Das ist so scheiße. Ja. Ja. Ähm. 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 Ähm.